Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Monster on the Rise zum fröhlichen Almutron Schlachten. Die sieht aber cool aus, die Gun hier. Seht ihr das? Die hat was. Und die probieren wir jetzt auch am Almutron aus. Die andere hat schon mal hervorragend funktioniert. Die ist auch echt böse. Das nehmen wir noch mit. Ja, diesmal nur sieben, alter Rotstuhl. So, jetzt erstmal Objektzeit ändern, bevor ich hier wieder was schicke. Hier ändern lässt direkt. Okay, hier ist der Wetzstein noch oben. Das ist gut. Das hier ist es. Ist der Wetzstein auch oben? Ich habe vorhin ein Gunner-Set mitgenommen, scheinbar. Wir werden es gleich sehen. Ich weiß, man kann auch die Objekte jetzt so anpassen, dass man mir die richtigen hat. Ja, ganz kurz. Ich glaube, es sind schon wieder drei Quests um. Ich muss schnell ans Boot. Und bitte Pfeilschneiden aktivieren. Ah, erstmal. Vielleicht habe ich schon einen stärkeren. Schweine auf Level 30. Nee, die Bilder sind noch zu schwach. Ach, da hat er mir aus. Der Jäger wollte ich neu ausrüsten. Ich tue einfach so, als hätte ich es vergessen. Ich mache ihn nur schnell Pfeilschneiden, weil ich weh kämpfe. So, Honig geht in. Kann ich von hier die Quest auch starten? Nee. In das Stahlwerk. Gessen habe ich hoffentlich schon. Wenn nicht, kann ich auch hier essen. Okay, 5 Minuten 20 gilt zu schlagen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ob dit wat wird. Ich nehme nur mit, was auf den Weg liegt. Den Knochen, okay. Ich glaube, ich habe noch Knochen-Nebenquests. Wenn man schon Geld farmt, ob was zu bauen, sollte man die Nebenquests nicht vernachlässigen. Denn ihr habt gesehen, die Rüstungskugeln, die rennen mir nur so durch die Finger. Die halten mir lang. Ach, Pilze sammeln habe ich auch noch dabei. Ach, schade. Ich glaube, da war ein Flemmling. Den hätte ich noch klammern können. So, zwei Krüßungen gibt es erst mal auf den... Oh, nee, es läuft nicht 24, ey. Es war sechsmal, aber es ist jetzt mal 24, es ist keine 4 mal 46. Ich brauche noch die Schläge. Ich brauche noch eine Patronenlösung. Aber ich glaube auch nicht, das hat es verhindert. Das kann ich sonst mit blauer Schärfe mit aufbiegen. Das Einzige ist, ich brenne nicht so leichter. Das ist halt, wenn ich hier die Patronenlösung einmache. Na, die braue Schärfe ist schon weg. Ich schlag noch doch noch ein Profil. Ich schlag noch viel besser als in den letzten Jahren. Ich bin gestorben, das dauert sowieso länger. Aber das ist gar nicht schlimm, da können wir die Lanze wechseln, weil das sehe ich schon am Schaden. Das ist... Zwei Gombos und die blaue Schärfe war da hin und ab da macht sie dann deutlich weniger. War ein schöner Test, aber es soll doch nicht sein. Probelanze, ja. Klosgewehrlanze. Mit der wäre das nicht passiert, ey. Ihr seht, das Set ist dadurch, dass es noch nicht verbessert ist. Macht der mir noch ganz schön einen Schaden. Und mal wieder mein tragisches Problem. Ihr wisst es alle. Eines Tages werde ich den furzenden Bombaggie fotografieren. Ich lanse qualmend. Als wir ein Feuer gerade nachlädt, ist der Knochenhaufen wieder da. Schade. Der Beschaden hat mir was zurückgelassen. Der Beschadete beschaden. Ja, ja. Ich brauche komplette Endgame-Waffen, damit ich den in zwei Minuten wegknüppeln kann. Und ich hoffe, er ist nicht wieder so geizig. Beim letzten Mal auch echt geizig. Ach, er ist auch noch komplett gefehlt. Es ist schon sehr schön, dass man... Ach, jetzt werde ich getroffen. Ja, er ist mir in den Schlag reiten. Ich bin im Gefahr. Komm, eine geht noch. Ach, schade. Schießt, den hat mir gekauft. Fisch, mein Rang! Was halt schade ist, man kann seinen Kackball so nicht treffen. Das geht halt mit der Bogansuche. Man kann hier einfach auf seinen Kackball da schießen. Ich bin schon wieder fast tot. Oder ist das in die Heilfacht? In die Heilfacht. Uh! Ja, kann gut. Dann kann ich noch mal ich lieb. Ja, ich habe unsere Kackball getroffen. Oh, Gott. Jetzt geht's so. Nein, ich habe nicht reingehalten. Immer kurz verdrückt und schon... Das hätte das Ende sein können, wenn ich den Kackball jetzt mit dem Gombo getroffen hätte. Jawohl. Sein Kot könnte ich nicht mehr. Das ist halt eine riesige Dingleberry, die er einfach mit dem Schwanz hält. Ich wollte gerade sagen, in der Hand hat. Da ist es ja... Vorne wäre ja die Hand. Ja, wenn man die Kugel trifft, das macht halt super Megaschaden. Er hat es gesehen, es waren eben 123. Der Schwinger. Leider abgekratzt. Trotzdem nur fünf Minuten. Also, die Gewehrlandse ist sehr mächtig. Einziger Nachteil von mir ist, dass ich halt keine blaue... Ja, wobei, die ganzen Waffen von mir haben im Moment eigentlich nur... Die andere ist die einzige, die blaue ist. Aber ich kann ja jetzt auch mittlerweile die Rüstung mit Handkleid draufbauen. Oh, kriege ich das noch? Kriege ich das noch? Ja. Stürker, ja. Oh. Ich will das mal verschärbel, die ich auch nicht. Das ist mal vergesse ich es nicht. Ich nehme nur diese Kräuter mit. Ach, das kann ich auch mal mitnehmen. Ungar, Jaubart. Jawohl, 13.000. Plus 4.000 extra. Einmal gestorben. Kleines Minus an der Stelle. Aber jetzt habe ich 37.000. Damit kann ich mir die Waffe bauen und habe sogar noch ein bisschen Kohle übrig. Könnte noch was in die Rüstung stecken. Allerdings... Ja, doch. Die Brust und den Helm kann ich eigentlich machen. Weil die werde ich länger benutzen durch dieses... Weil das... Artillerie ist halt der einzige Skill, der mein Fullburst-Combo nochmal verstärkt. Ähm... Mit zu... Suhle. Da. Jo. Da kann ich gleich noch was dran bauen. Wie geht's? Ich muss erst mal das Set anziehen. Ich muss mir mein Pierce-Set anziehen und gucken. So. Ich muss gucken, ob irgendwas fehlt, was Rückstoß oder so angeht. Okay. Perforieren 3. Falsche. Aber man hat gesehen, Rückstoß minus 2 will ich. Ja, die hat ein bisschen weniger Crit und hat halt zwei Slots. Die könnte später wieder interessant werden, wenn ich coolere Sachen bekomme. Nachladen 1 ist halt geil. Guck mal, ich muss nochmal genau vergleichen. Warten Sie. Also nachladen 2. Aufperforieren 2 und 3 und 6 und 3 Schuss. Und gut, gut, gut. So, what do we have here? Nachladen 2. Minus 2, minus 2. Perfekt. Da ist die Frage, ob ich jetzt sogar... Habe ich irgendwas mit Rückstoß an? Ich... Ist jetzt... Da ist ja kein Schalldämpfer drin, oder? Nee, da ist nämlich nicht mal ein Schalldämpfer drin. Da kann ich hier den langen Lauf anbringen. Juhu. Meisen. Und mal gucken, was er für eine Radale-Fertigkeit bekommt. Scheiße, ich muss eine schwache Randale machen. Aber der Angriff ist mir auch eigentlich lieber als das hier. Ich glaube, wenn ich den auf 2... Detonationen erfährt, ihr möchtet das Laden von Detonation 1 und 2 und ihr hört die Munition... Uh, uh, uh. Drei Schuss, Deto. Oh Gott, da stehen die Monster gar nicht mehr auf. Ups. Voll lauwe, die Freude habe ich um Knie ans Mikro gehauen. Das ist was Feines. Okay, ich brauche einen Riedenschein. Ich muss eine Randale machen. Kommt zu mir, wenn du eine neue Rande brauchen. Ich nehme jetzt mal mein Perfor-Set und guck mal, ob ich die ganze Mun damit überhaupt ballern kann. Ich habe eben schon gesehen, Schnitt kann ich schon mal nicht schießen. Nochmal 1 und 2, Perfor 1 und... Oh, 5 Schuss, Perforieren 3 und ich kann beim Laufen schießen und Nachladung minus 2. Köstlich. Das heißt, ich kann mir eine andere Kette anziehen. Allerdings habe ich keinen richtig Coole. Doch! Nachladen. Jo. Schade, Nachladen ist nicht hochgegangen, nur bei Perfor 1. Hm. Könnte ich mir auch kräftigen anziehen, falls ich draufgehe. Perfor 1. Oh, der hat das Schnellfeuer Perfor 1 gehabt. Nee. Hat es überhaupt irgendwo Schnellfeuer? Perfrierendes Wasser. Okay, cool. Gut, aber dann kann ich doch erstmal das kräftigen Ding bis ich was Besseres habe. Ja, oder sowas halt. So ein kräftigen Erholung hoch. Obwohl, Erholung hoch ist auch nice. Kräftigen ist irgendwie so nubig. Da geht man immer davon aus, dass man stirbt, wenn er kräftigen drin hat. Ich mache Erholung hoch rein. Ich nenne das mal Perf 1. Und nochmal hier. Oh Gott, habe ich das jetzt? Wer speichert? Nee. Dann nochmal hier Perf 2. Und dann machen wir mal eine Randale. Das muss ja nur eine 1er-Randale sein. Also, 4, 5. Gibt es nicht so einfache Randale? Quests auch noch? Oder sie ist die 1er-Randale? Nee, ist ja eigentlich scheißegal. Die Emo-Dorf-Quest. Jetzt habe ich das Ding gegessen und den Gewehrlans nicht war. Egal. Dango-Feuer, könnte hier auch was bringen. Nee, war ein Bomben-Mundfluss. Oh ja, was soll's. Ab geht's. Are you ready? Eigentlich will ich nur durchgehend gegen Schlagssignal haben. Okay, jetzt schon mal mit Garnon, der ich ballen kann. Hier stelle ich mir ein paar Dorf-Wohne auf. Ich habe das Element für das wäre mit Ballisten ab. Ja, hab ich vor. So ein Drachensperr-Spalt oder wie ein Schuss. Ja. Habe ich eigentlich auch vor. Oder soll ich mir die hier nehmen? Ich glaube, ich nehme lieber die hier für mich. Oh, hier kann ich auch noch. Oh, komm, dann ist hier noch ein Dorf-Wohne. So, wenn es um einen kaputt geht. So, Randallee. Randallee, Randallee. I'm not letting anything through. For Kimura! Wow! Wow! Ja, das ist der Logan-Training. Das trainiert an dem Schießen. Wir sind unter Attacken! Ah. Ja. Eigentlich nicht reiten, du Mistvieh. Obwohl, reiten in der Randale war gar nicht so verkehrt, habe ich es einmal gemerkt. Nein, ich bin vorbei geworden. Hier ist der Kohlse kommt. Jetzt geht's gut. Ich kann mir die fliegen. Was willst du von mir? Die Schlagsignal und Boger ist halt auch egal. Ich will dich nicht retten, du Stimmdreck, ey. Sicherheit. Du gehst da nicht so ein, ey. Du gehst da nicht so ein, ey. Du gehst da nicht so ein. Woah! Be cautious! Du gehst da nicht so ein, ey. Du gehst da nicht so ein, ey. Ich bin jetzt so ein, ey. Ich bin jetzt so ein, ey. Ich weiß nicht, ob die Dorf wohne vielleicht mit der Kanone so größer sind. Ich bin jetzt nicht so schön. Ich bin jetzt so ein, ey. Wie ist das denn? Ich bin jetzt in der Hand der Karte. Wir müssen einfach mal hierher auspannen. We're almost there! This place is safe with me! I'll have to go with my friend I'll have to go with my friend I have to go with my friend There's no element paste Du bist großartig! Jetzt rein! Fertig! Versti! ...... ... ... ... ... ... Thanks, buddy. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, die Feuer, die hat's die ganze Zeit. Oh shit! It's their leader. Start the attack! Go! Such a crush! I'll just throw the shit out of here. Ah, that's better than that. Ohohohohohoho, got it done. Das sind Nettbruch komplett zilli. Ich glaube ich habe auch alle Aufgaben abgeschlossen jetzt. Ja, jetzt wie ich nur einen es sammle, wäre es wohl wahrscheinlich eh so ein Scheiß. Ja, ja, die jungen alten High Ring Waffen... Die sind ziemlich nice. Da macht es Spaß damit. Und dann kann man abgehen. Der war wahrscheinlich schon kurz vorm Atmenippeln. Weil ich den so schmutzig gegeben habe. Zum Beispiel wollte er unbedingt den Spaltschuss auch noch einsetzen, damit ich hier alles gemacht habe. Ja, und die sind nicht mal durchs erste Tor gekommen. Das ist ja auch irgendwie tragisch gewesen. Dafür bin ich abhängig. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Waffe gleich auf 2 und dann auf 3 bringen kann. Und den Schein. Post-Auerfestungsstufe 8 von 10. Hä, nutze Drachenspeer? Ich habe der Spalt-River-Schuss benutzt. Hm, tragisch. Scheinbar gibt es nur den Triple-S-Rang. Egal, wir haben den S-Rang rausgeholt. Nehmen wir alles mit. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Meritenscheine. Damit lässt sich was anfangen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gebraucht habe pro Waffe. Aber das sehen wir jetzt, ja. Wie geht's? Den Ritenschein. Waffe verstärken. Okay. Ach, drei Steine. Der Scheine. Jetzt ist die große Preisfrage. Kritt oder Angriff. Ich guck mal in meinen Zip. Und Orakel mal. Ich hab 30% Affinität. Also, ich geh weiter auf Affinität. Dass ich so auf 40, 50 komm. Schade, ich kann den Dreier da noch nicht drauf machen. Und so bei der anderen Waffe. Egal, das ist eine sehr coole Waffe. Die hat sich gelohnt. Und die Quest war auch super lustig. Eben tragisch, dass das mit dem Spaltwürmer in Schuss nicht mehr gezählt hat. Was soll jetzt? Er ist gestorben. Ja, haben die Scheinchen. Und ich kann erstmal wieder ein paar Waffen machen. Und bin beruhigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Und habt ganz viel Spaß. Tschüss.